Is this the real life? Lass mich hier raus, Schätzchen! Bitte! Lass mich sofort hier raus! Is this just fantasy? Schau schon! Caught in a landslide? So escape from reality! Ich möchte eine Taskforce der gefährlichsten Menschen auf dem Planeten zusammenstellen. Sie meinen die Bösen? Die Bösesten der Bösen. Öffnet das Tor! Ist das hier ein Cheerleader-Casting? Hallo, Jungs! Deadshot, der schießt Leute. Er ist ein Krokodil, er frisst Leute. Er verbrennt Leute. Du bist besessen von einer Echse und sie ist zu allem bereit. Wie war das? Ich soll alle umbringen und abhauen? Sorry. Die Stimmen. Ich mach nur Spaß. Das haben sie gar nicht gesagt. Das ist der Deal. Ihr geht an einen sehr üblen Ort. Wow! Und tut etwas, wobei ihr drauf geht. Dann retten wir mal die Welt. Ich kann's kaum erwarten, bis du meine Spielsachen siehst. Machen wir was Lustiges. Für mich! Für mich! Für mich! ARD Text im Auftrag von Funk Mal im Ernst, was verdammt ist mit euch los? Wir sind die Bösen, wir tun sowas.